Er ist als Korb eine Klasse für sich. Er ist furchtlos, nicht zu stoppen. Unbesiegbar. Mach ihn alle! Hey, Alter! Ich hab mich noch nicht vorgestellt, Freunde. Mein Name ist John Kimball. Und ich liebe mein Auto. Hey Mann, ich werd auf das gute Stück aufpassen, okay? Jetzt hat er einen Spezialauftrag, um seinen härtesten Feind zu bekämpfen. Passen Sie auf, Kimball. Sie müssen das für einen ganz normalen Fall anpacken. Sie haben ihre eigene Sprache. Wenn Sie beim Reinkommen Angst zeigen, sind Sie tot. Es gelten Ihre Gesetze. Ich habe keine Angst. Ich bin gespannt. Und Sie sind absolut skrupellos. Keine Angstzeiten. Nur keine Angstzeiten. Kindergartenkorb. Er ist ein Korb. Und er hat Nerven wie Drahtseile. Halte die Klappe! Was ist denn los? Ich hab Kopfschmerzen. Das ist vielleicht ein Tumor. Es ist kein Tumor. Es ist kein Tumor. Ganz und gar nicht. Eine neue Komödie von Ivan Reitman. Arnold Schwarzenegger ist... ...der Kindergartenkorb. Die sind so gemein zu mir. Die sind so gemein. Untertitelung des ZDF, 2020